Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück aufm Jellyshow Kanal, heute wieder mit einem hier Zwischenbericht von der Fuso. Wir haben ja den ersten Turm hier schon gebaut, wir sind da hinten bei der Flak gewesen und jetzt geht es hier weiter mit weiterer Flak, beziehungsweise das ist jetzt die schwere Flak, das heißt nicht, dass sie größer ist, sondern das ist einfach hier in Drehlafetten mit einem Dreiergeschütz, zwei Stück habe ich davon schon gebaut. Hier bauen heute die anderen zwei, beziehungsweise halt so weit wie wir in 10 Minuten kommen, denn heute wieder eine 10 Minuten Folge, denn ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, aber irgendwie gerade jetzt Bock hier schnell die zwei Flak-Lafetten. Alles klar und es regnet einfach instant. Ich habe da echt Null Bock drauf, dass es jetzt regt. So, naja und das muss ich nochmal umstellen, dann muss ich nochmal ein bisschen dran schrauben. Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, das so zu machen. Weil ansonsten wäre das, das ist normal, da kann das, da darf das, da war das. Ne, ähm, ernsthaft. Ich frag mich sogar, warum ich das so gemacht habe, mein Stuhl knarzt wieder wie Sau, hier liegt noch irgend so ein Platt rum. Das sieht ja aus wie Sau, Alter. Äh, so. Gut, dann fangen wir mal an. Äh, Zwischenbericht. Ja, also das habe ich bis jetzt gemacht. Bis jetzt gemacht. Ähm, jetzt muss ich doch gucken. Ah ja, hier, hier, mit dem hier fange ich an. Und zwar drei. Und ein dunkel oben hell. Drei. Und ein dunkel oben hell. Ist doch das selbe, ne? Ja, das geht. Und dunkel oben hell. So, und das ziehen wir jetzt wieder durch. Und zwar, bis wohin? Das mit dem hinten hell fliegen ist blöd. Ich denke, ich werde mir da irgendein Mod unterladen, dass ich irgendwie schneller fliegen kann oder so. Bis zum dritten von... Okay. Die Zahl drei taucht hier ziemlich oft vor. Zufall. Ich denke... Ich weiß nicht, was für eine Farbe reinkommt. Das war natürlich die falsche Farbe. Bei meinem Glück musste das passieren. So, jetzt vor irgendwie... Hä? Wie lange ist das jetzt? Oh, warte. Ich sollte vielleicht zuerst das Schwarze machen. Das ist viel besser. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. And one. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei. Und dann kommen hier, ich glaube sieben. Fünf, sechs, sieben. Ich bin mal nicht hundertprozentig sure. Das ist englisch nicht sicher. Nein, Spaß. Ähm, doch. Nein! Ich bin behindert, kann das? Ist das possible? Oh ja, es ist possible. Das muss nämlich noch einen hinter. Und dann sind das wieviel? Das sind doch sieben, ne? Ja, es sind sieben, aber es muss noch einen hinter. Seht ihr? Und genau das ist hier das Problem. Wenn du dich einmal verbaust und bist halt direkt am Arsch, weil du immer so viel abbauen musst, weil du halt zu dumm bist. Also ich quasi. Äh, und das ist halt direkt durchspawn. Weil, ja, äh, dumm im Kopf. Nein! Jetzt hab ich auch wieder mal losgemacht. So, dann 1, 2, 3, 5, und 6, 7. So, dann sind das dann auch nochmal drei. Und dann hier nochmal dran. Und hier nochmal dran. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Es, äh, numero uno. Es, äh, es, äh, zön, es. Nee, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen das nochmal. Warum? Warum mach ich eigentlich das Innenleben hier so detailgetreu? Es ist scheißegal jetzt gerade. Hier, guck mal, das kannst du komplett so ausfüllen. Es ist zwar beschiss, aber es ist, äh, auch relativ egal. Jetzt geht das hier schon wieder los. Jetzt muss ich nämlich gleich nochmal rüberfliegen. Also wir werden in dieser Folge, ich glaub, nicht mit diesen einen hinkriegen. Außer ich mach mal zwischendrin Pause. Oder schneide das so, dass ihr denkt, ich hätte es fertig bekommen. Boah! Nee, Spaß. Jetzt bin ich schon zu faul. Ähm, hier ist das hier, ne? So, und dann, wie ist das dann? So, weil... was ist das denn, Alter? Das ist wieder mein Stuhl, äh, oder? Ich brauch einen neuen Stuhl. Einen neuen Sessel. Quasi. Drei, vier, fünf, 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 fünf. Ja, es geht auch ganz flotty-karotty hier. Oh warte. Ehhhhhh. annault mit problem hier ist so ist das so sind auch 4 da habe ich doch mal richtig gezählt kommt nicht auf vor das dauert immer so lange weil er unten immer die Schatten berechnet werden bei mir dauert das extrem dieser Scheißding mal da unten die Schatten berechnet hat das ist teilweise ist das echt mal lustig das ist ja schon widerlich das bekommt halt ausführen da habe ich jetzt sogar mal einen schwarzen mitgenommen läuft schwarzen oder was ne, hab ich da schon mal gemacht ich würde sagen dann manchmal auf Pause wenn ich das hier immer mache das ist echt, das ist so eine Rotsarbeit das ist einfach einfach nein so als wenn wir hier mit diesen dinge fertig fertig so scheiße 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 zack die Maße habe ich im Kopf weil ich das Ding schon 2 mal gebaut habe diesen Turm weiß ich nicht aber soll der so weit hinten stehen hä 1, 2, 3, 4 ja ne so 1, 2, 3, 4 ja so 1, 2, 3, 4 so wie hab ich das da oben gemacht ja ne so viel zu maßen im Kopf ja genau 4 so da oben nochmal 4 und ein überstehend hä Moment wie war das jetzt seht ihr das ist das Problem 5 sind das übrigens nicht 4 1, 2, 3, 4 5 das geht bis nach vorne durch das ist das ist halt das Problem ne wenn ich das jetzt so direkt nebeneinander hab dann geht das natürlich so dann gehen wir mal mit dem M-Scheiß da sehe ich hier noch eins wieder steht da vorne auch eins wieder steht da kommt jede gewaffnung hin da weiß ich muss ich noch mal gucken wie viele das sind die gehen glaube ich so und dann muss ich noch gucken wie diese beiden Magazin oder was das die sind vier lang das Ding ist auch vier lang und die sind an der zweiten Stelle ok zweite Stelle 1, 2 zack 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 1, 2, 3, 4 hallo hallo so so sieht das schon viel besser aus fangen wir jetzt hier schon mal mit dem nächsten an aber da werden wir noch mal viel schaffen davon so ich habe ja gesehen es kommt eigentlich bei euch super super gut kommt das schon die ganze scheiße her und das finde ich ich finde ich toll finde ich gut dass hier Minecraft wieder mal ja komm scheiß auf jetzt finde ich gut dass Minecraft mal wieder hier die die das das ganze reißt hier ich bin äh bin ich für eins 23 4 5 6 4 1 2 3 4 5 6 6 4 8 9 5 5 6 6 6 5 6 Ich hoffe ihr bleibt weiterhin auch so aktiv wie ihr das bis jetzt hier bei diesem Projekt gewesen seid. Da wäre ich doch sehr für und ich bedanke mich auch mal fürs Zuschauen für diese Folge hier. Der war jetzt nicht sonderlich spannend, aber er ist ja hier so eine Artillerie bauen. Das muss man ja auch mal irgendwann, weil so eine Artillerie oder ja Quatsch, schwere Flak ist das ja. So eine schwere Flak dauert sich halt nicht alleine. Und das fängt schon wieder an zu pissen. Ich würde sagen, das ist ein gutes Stichwort, dass ich jetzt mal einfach einen Stecker ziehe. Ist das normal da? Nicht normal. Ich komme zur hier, ne? So, weil hier müssen wir das ausbauen, das zieht man ja. Also dann, ich würde sagen, macht's gut, haut rein. Und schönes Wochenende noch. Bis dann, euer Score.